Du Floh, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lila. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zum Lieder. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer Superspezialfolge des Stellas Astercast. Ich bin nämlich, grandioserweise, von der Steffi in den nebensprechenden Adventskalender dieses Jahr eingeladen worden. Und wer bin ich denn, diese Gelegenheit nicht wahrzunehmen? Ja, da es ja um einen Adventskalender sich handelt, dachte ich mir, ich suche mir eine hübsche weihnachtliche Thematik aus. Und da ich ja auch Teil des König-Bube-Dame-Gast-Podcasts bin, dachte ich mir, verknüpft doch beides und rede mal über eine Geschichte von Joe Hill. Joe Hill ist der Sohn von Stephen King und er hat ein Buch geschrieben namens Christmasland. Und das, dachte ich, passt ganz hübsch, gerade für die unter euch, die zu Weihnachten so ein bisschen Probleme mit ihrer Familie haben und da gelegentlich an Mord und Totschlag denken. Denn es ist ein sehr hübsches Buch. Und inhaltlich geht es darum, dass wir einen, ja, wahnsinnigen Massenmörder haben, der durch irgendeine krude Verwicklung die Möglichkeit hat, sich eine eigene Realität zu schaffen. Und da hin Kinder mit rüber zu nehmen, für die er eigentlich in seiner Welt ein ewiges Weihnachten schaffen möchte. Dummerweise hat das Ganze den Nebeneffekt, dass diese Kinder, ja, in einen Zustand versetzt werden, der, ja, der üblichen klassischen Unschuld. Also auch diese Unschuld, die kein Gut und kein Böse kennt, sondern nur Spaß. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass nicht nur die Kinder eben auch ihre statistische Weise und Art ausleben, sondern dass das Ganze halt auch den Kindern jetzt nicht so sonderlich gut bekommt. Aber er entführt dann halt in dieser Geschichte mehrere Kinder mit seinem Walls Royce, der auch sehr hübsch beschrieben ist. Und, ja, möchte die halt in sein Christmasland bringen, wo sie sicher sind vor den, in seinen Augen, unglücklichen Familien und der unglücklichen Zukunft, die ihnen bevorsteht. Wie gesagt, das fand ich ganz hübsch von der Thematik her. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist eigentlich sehr schön geschrieben, das Buch. Es hat doch recht viel Spaß gemacht zu lesen. Es hat, glaube ich, irgendwas um die 580 Seiten oder so in dem Dreh. Aber es hat ein paar hübsche Thematiken drin. Wie gesagt, wir haben hier eine Alternativwelt, die aber gleichzeitig zur echten Welt existiert. Also genauso wie es bei seinem Vater in den Turmbüchern zum Beispiel ist. Aber generell hat er unglaublich viele Themen von seinem Vater wiederverwertet. Wir haben ja Anleihen von der Talisman drin. Wir haben Anleihen vom Turm mit drin. Wir haben Kujo mit drin. Wir haben Pennywise aus Essen mit drin. Also Joe Hill spielt hier schon so ein bisschen mit dem Erbe seines Vaters. Inwiefern das vielleicht sogar unbewusst passiert oder wie viel davon gewollt ist, das weiß ich nicht. Das will ich mir auch nicht erlauben zu bewerten. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen. Gerade wenn man es im Vergleich zu dem Buch seines Vaters, der Talisman liest, ist es echt nicht verkehrt. Also man kann da echt Spaß damit haben. Und was ich halt wirklich interessant daran fand, war eben diese Wahrnehmung. Einerseits ist der Typ halt böse und die Kinder sterben halt auch. Und er hat halt auch ein paar Gehilfen, die ihm entsprechend helfen, die Kinder zu entführen. Aber währenddessen halt auch eine Spur aus Leichen hinterlassen. Aber es spielt halt immer mit diesem Effekt. Ja, aber vielleicht beschützt er die ja doch irgendwie wirklich vor komischen misshandelnden Eltern und ähnlichen Zeug und unglücklicher Zukunft. Und warum ist das eigentlich so richtig schlimm? Weil, nur weil die Kinder dann eben nicht mehr an unser Moralsystem gebunden sind, heißt das ja nicht unbedingt, dass die Kinder nicht glücklich sind. Jetzt ist die Frage, sieht man das ganze Weltbild unter dem hedonistischen Gesichtspunkt oder nicht? Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedankengang, ein sehr hübsches Buch. Hat sehr viel Spaß gemacht und es hat sehr, sehr, sehr viele hübsche Zitate. Und die wollte ich euch an der Stelle zumindest ein paar davon mal mitsagen. Die Halluzination machte einen ziemlich stabilen Eindruck. Das fand ich ganz hübsch, weil es eben wirklich diese dünne Haut zwischen den zwei Alternativwelten thematisiert, zwischen denen man halt hin und her wechseln kann. Vor allem, solange man noch ein Kind ist. Und ja, ich glaube, wir kennen das alle irgendwie in der einen oder anderen Form. Was wir auch wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Form kennen, ist dieses Problem. Bruce Wayne Carmody hätte seine Eltern gerne gemocht und geachtet. Und manchmal tat er das auch. Aber sie machten es ihm, weiß Gott, nicht leicht. Ja, wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt halt auch so ein bisschen, ja, nicht nur Sozialkritik, sondern auch Kritik an der echten Welt. Das ist so ähnlich wie bei diesen neuen Autos, diesen Hybrids. Weißt du, was ein Hybrid ist? Die werden zur Hälfte mit Benzin betrieben und zur Hälfte mit guten Absichten. Und als letztes und den Gedanken fand ich sehr, sehr hübsch. Die Fantasie war immer nur eine Realität, die darauf wartete, aktiviert zu werden. Also wie gesagt, ich habe an dem Buch echt meinen Spaß gehabt. Es liest sich sehr schön. Man kann da auch viele, viele Zitate finden, die ich euch jetzt nicht vorgelesen habe. Aber die wirklich nicht verkehrt sind. Und ich mochte halt diesen Ansatz, dass man sich selbst seine eigene Realität schaffen kann. Nur, dass manche darin halt begabter sind als andere. Und dass das, was für den einen ehrlich gemeint eine gute Realität ist, für den anderen halt völlig abstoßend und pervers und doof ist. Und das hätte ich mir eigentlich sehr gerne in der Talisman von King gewünscht. Aber das hat er leider komplett in den Sand gesetzt und überhaupt nicht wahrgenommen. Aber auch die ganze Atmosphäre in dem Buch ist wirklich toll. Man hat, wie gesagt, sehr viel so Weihnachtslieder. Und die Kälte wird beschrieben, während sie eben in dieses Christmasland waren. Und überall sind Zuckerstangen und Kitsch und Zeugs. Also die Atmosphäre war wirklich toll. Wenn ihr also zu Weihnachten da sitzt und die Schnauze voll habt von eurer Brut, dann kann ich euch dieses Buch echt als Alternativprogramm empfehlen. Es ist spaßig. Es ist eigentlich auch relativ schnell und relativ leicht zu lesen. Und man kann da durchaus polpsche Ideen mitnehmen. Aber tut mir und euch den Gefallen und versucht nicht zum Massenwürder zu werden. Auch wenn ihr einen Voice Voice habt. Ihr müsst ihn ja nicht nutzen. Manchmal reicht es ja schon, wenn man in seiner Fantasie ein wenig der echten Welt entfliehen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Lasst euch nicht erbern. Passt gut auf euch auf. Genießt die Adventszeit, soweit ihr könnt. Habt Spaß an euren Zuckerstangen. Habt Spaß an eurer Weihnachtsachterbahn. Oder was auch immer ihr euch ausdenkt. Und versucht euch die Zeit so schön wie möglich zu machen. Und hört natürlich weiter hin in die Folgen des Nebensprechen Adventskalenders rein. Denn es ist ein sehr schönes Format, das verdient zu überleben. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf und frohe Weihnachten. Ciao, eure Dela. Das war Dela Terratum mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudor.